Uniformen, Appelle, Rangabzeichen, das ist nicht mein Karneval. Meine Gesellschaft ist meine Karnevalsfamilie und ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam auf die Beine stellen. Es ist ein geiles Gefühl nach einer Sitzung in tausende begeisterte Augen zu sehen und zu wissen, du bist ein Teil dieser Begeisterung. Ich bin große Kölner. Und du?